So Leute, da bin ich wieder mit Let's Play Geheimakte 2 Purita Skordis und weiter geht's. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben und schauen uns jetzt mal hier weiter um. Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal hoch zum Barkeeper, weil irgendwas, ich habe da so eine Idee, wir geben uns als Katharina Jordan aus, weil der Typ, der Barkeeper, der kann ja sich so schlecht Gesichter merken und das ist auf jeden Fall ein, ja, ein Versuch wert, würde ich einfach mal sagen. So, gut, dann machen wir das mal hier. So, jetzt muss ich nur noch einen leicht dämlichen Eindruck machen, dann könnte ich glatt als Zwillingsschwester durchgehen. Genau. Nur die Haarfarbe stimmt nicht ganz. Sie hat blonde Haare. Aber egal, das dürfst du da sicher nicht merken. Hallo. Hallo Frau Jordan? Hey, nicht schlecht? Schlüsselkarte, genau die braucht man nämlich. Ich hätte gern meinen Zimmerschlüssel. Ja, sofort, Sie, Sie waren Frau Jordan, nicht wahr? Bin ich auch immer noch. Helfen Sie mir bitte nochmal kurz auf die Sprünge. Welche Kabine hatten Sie doch gleich? Verdammt, woher soll ich das wissen? Oh, an die Nummer kann ich mich gerade überhaupt nicht erinnern. Wissen Sie das denn nicht? Nein, tut mir leid. Ich kann mir nur Telefonnummern wirklich gut merken. Ansonsten ist mein Gedächtnis leider nicht das Beste. Schauen Sie doch bitte kurz unten nach. Strengen Sie sich mal an. Entschuldigung, aber das bringt leider nichts. Tun Sie mir bitte den Gefallen und schauen Sie nach. Ich schreibe mir das dann auch sofort auf. Wird auch nicht wieder vorkommen. Versprochen. Und verraten Sie bitte dem Käpt'n nichts davon. Der schmeißt mich sonst raus und ich brauch den Job dringend. Ja, geht in Ordnung. Ich verrate keinem was. Wie kriege ich denn jetzt die Kabinennummer von dieser Katharina Jordan raus? Der Portier müsste mir da doch eigentlich weiterhelfen können. Ich muss mir mal kurz die Nase pulen. Machen wir mal. Wir sehen uns später. Machen wir mal. So, wir können jetzt hier wieder als Katharina Jordan weiterlaufen. In dem Outfit hier von der. Ich werde mich mal wieder umziehen. Genau, ab zum Portier. Hier ist doch immer noch was mit dem Bolzen. Der Klingel ist in der Wand. Den kriege ich nicht raus. Irgendwas müssen wir doch damit machen. Ich weiß es doch, Leute. Ich weiß es doch. Mit dem Flaschenöffner vielleicht. Nee. Mit der Klingel. Genau, wir machen die Klingel auf den Bolzen. So. Oder hängen die Klingel einfach da dran, so. Und jetzt mit dem Flaschenöffner da draufhauen. Haha. So geht's. Da kommt er sicher schon. Ja, da ist er. Sie haben geläutet? Wie auch immer Sie das geschafft haben, während ich gerade die Klingel repariere. Tja. Zu was wir doch fähig sind, ne? So ist es. Kabinenummer. Können Sie mir bitte sagen, welche Kabine Katharina Jordan hat? Darf ich fragen, worum es geht? Ich... Ich wollte sie nur mal besuchen. Dann sollten Sie zum Pool gehen. Dort werden Sie Frau Jordan vermutlich finden. Oh, ja. Prima. Und wenn ich ihr eine kleine Überraschung vor die Tür legen will? In dem Fall sollten Sie diese mir geben. Ich deponiere das Geschenk dann im Fach von Frau Jordan hinter dem Tresen. Und werde es ihr aushändigen, sobald sie hier vorbeikommt. Das ist auch viel sicherer. Ja, ähm... Das werde ich dann machen. Gut, und jetzt aber hier mit der Handtasche. Wollten wir auch nochmal nachfragen. Ist meine Handtasche mittlerweile wieder aufgetaucht? Nein, leider nicht. Nein. Aber ich habe den Kapitän von dieser bedauerlichen Angelegenheit in Kenntnis gesetzt. Er wird sich höchstpersönlich darum kümmern. Tut mir leid, dass Sie bisher so viele Unannehmlichkeiten hatten. Schon gut. Sie können ja nichts dafür. So. Gespräch beenden. So, der gammelt da. Da ist doch sicher... Können wir da nicht irgendwas machen hier? Wir sehen doch... Wir sehen, dass wahrscheinlich die, äh... Schlüssel sind ja hinter dem Tresen. Das bedeutet, wir können da irgendwas mit dem Spiegel oder so. Geht da was? Eventuell. Durch die spiegelnde CD könnte ich mit Sicherheit ein Blick unter den Tresen werfen. Aber der Portier fände diese Aktion sicherlich etwas merkwürdig. Schade. Dann weiß ich auch nicht. Dann gehe ich nochmal hoch zum Barkeeper. Ähm, hier muss ich hin, genau. Zum Sonnendeck. So, zieh mich hier gerade nochmal um. Der merkt ja sowieso nichts. Der ist ja zu doof dafür. So. Einmal umziehen, bitte. So, jetzt muss ich nur noch einen leicht dämlichen Eindruck machen. Ja, ist in Ordnung. Super-Keeper. Hallo. Hallo, Frau... Hey. Ich hätte gern meinen Zimmerschlüssel. Ja, sofort. Sie... Sie waren Frau Jordan, nicht wahr? Bin ich auch immer noch. Äh, helfen Sie mir bitte nochmal kurz auf die Sprünge. Welche Kabine hatten Sie doch gleich? Oh, an die Nummer kann ich mich gerade... Schauen Sie doch bitte kurz unten nach. Wie kriege ich denn jetzt die Kabine? Der Portier müsste mir da... Ja, das hatten wir ja gerade. Das ist ja unnötig. Ist ja unnötig jetzt eigentlich. Was ich da schon wieder praktiziere. Hm. Irgendwas ist da doch sicher. Wir müssen da irgendwas machen. Ah, vielleicht gebe ich einfach mal den Schlüssel dort ab. Ich werde mich mal wieder umziehen. Wartet mal. Vielleicht... Ich gebe den alten Schlüssel da einfach mal ab. Beziehungsweise die Schlüsselkarte... Ah, der bringt auch nichts. Schade. Wenn ich da einfach drauf haue, dann macht das vermutlich nicht mal ein Geräusch, sondern nur Aua. Ah. Scheiße. Wie kriege ich jetzt den Bauer da weg? Kann ich Ihnen behilflich sein? Ihn nochmal auf die Kabinennummer von Frau Jordan anzusprechen, das vermutlich sinnlos ist. Ich werde wohl nur wieder zu hören bekommen, dass ich sie am Pool finde und er Geschenke für Passagiere in den Fächern hinter dem Tresen verstaut. Das war vorerst alles. Danke. Was machen wir denn jetzt hier? Kacke. Ganz ehrlich. Ich glaube kaum, dass ich mit dieser Verkleidung irgendjemanden täuschen kann, der ein auch nur halbwegs funktionierendes Gedächtnis hat. Ah, nicht so gut, Leute. Der Portier würde das vermutlich nicht sonderlich gut finden. Nicht gut. So. Gut. Hm. Will ich doch mal schauen hier. Was haben wir denn noch so? Ah, doch, Leute. Ich weiß, was ich machen könnte. Der Bauer hat ja gerade gesagt, dass ich, äh, ihr Geschenke geben könnte. Also, ja, ich gebe ihm mal das Poster und dann, genau. Ich möchte Sie bitten, dieses Poster für Frau Jordan zu hinterlegen. Selbstverständlich kein Problem. Ich werde es in ihr Fach legen und bei nächster Gelegenheit übergeben. Das ist nett, vielen Dank. Gern geschehen. Dafür bin ich ja schließlich da. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, im Moment nicht. Dann bitte ich Sie, mich zu entschuldigen. Ich habe da noch etwas Wichtiges zu erledigen. Ja, kommt uns gerade zugute. Sehr schön. So, jetzt ist er nämlich weg und wir können das mit der CD hier machen, am Tresen. Die Schlüsselfächer spiegeln sich in der CD. Wenn der Portier das Poster tatsächlich in das richtige Fach gesteckt hat, dann müsste diese Katharina Jordan in Kabine Nummer 2 untergebracht sein. Gut, dann wissen wir ja, was wir jetzt tun müssen. Wir müssen jetzt nochmal hoch zum Barkeeper und ja, nach dem Schlüssel fragen. Ganz einfach. Probieren wir es doch mal, ob es klappt. Hallo. Hallo. Hey, nicht... Ich hätte gern meinen Zimmerschlüssel, die Nummer 2. Ja, gern. Oh, der liegt gleich hier vorn. Bitteschön. Dankeschön. Jo, danke. Jetzt habe ich die Schlüsselkarte und wo geht es denn jetzt hier weiter? Ich werde mich mal wieder umziehen. So, wo hat die denn die Nummer 2? Das müsste irgendwo da unten sein. Zug zu den Kabinen 4 und 5. Ne, das ist falsch. Die haben ja Nummer 2. Das dürfte hier, glaube ich, richtig sein. Ja. Ja. So kann es gehen, ne? Liebe Frau Jordan. So, da ist ein Lautsprecher auch. Den haben wir auch in unserem Zimmer. Ich nehme mal an, über den Lautsprecher... Das hatten wir ja auch schon. Im Schrank dürfte es doch sicher was geben, oder? So, jetzt aber hier in der Handtasche. Die hat doch unsere Handtasche, oder? Lol. Ich bin mal gespannt, was die ehrenwerte Frau Jordan zu ihrer Verteidigung zu sagen hat. Sie hat gelogen. War ja klar, ne? Katzehen. Erstmal uns am Bett verstecken, dass uns keiner sieht. Eine Nadel im Heuhaufen zu suchen, ist deutlich einfacher. Aber was bleibt mir anderes übrig? Mal hören, was die anderen meinen. Ich bin's. Nein, deswegen rufe ich ja an. Ich habe jetzt das halbe Schiff durchsucht und immer noch nichts gefunden. Das weiß ich selbst, aber es sind noch weitere Probleme aufgetreten. Ja, das hoffe ich auch. Allmählich wird die Zeit knapp. Und wir brauchen jetzt schon ein kleines Wunder, damit das Ganze nicht in einer gewaltigen Katastrophe endet. Okay, ich melde mich, sobald es was Neues gibt. Puh, das war knapp. Wer war das? Wollte ich gerade auch sagen. Und was hat er hier gesucht? Ein Passagier? Oder ein Besatzungsmitglied? Und von was für einer Katastrophe spricht er? Ich sollte wirklich aufpassen, mit wem ich worüber rede. Wirklich trauen kann ich wohl keinem. Mit Ausnahme des kleinen Oskar vielleicht. Genau. Wir haben jetzt unsere Handtasche wieder. Das ist sehr schön. Da freue ich mich auch richtig drüber. Und hier unten gibt es noch was. Magazin. Was ist denn das? Das Magazin scheint ziemlicher Müll zu sein. Aber sie haben George Rooney auf dem Cover. Das reicht als Kaufgrund. Ja, genau. So, hier gibt es auch noch was. Der Vorhang. Warum wird die Einrichtung solcher Kabinen eigentlich meistens von farbenblinden Innenarchitekten entworfen? Ja, das weiß ich nicht, ne? Das weiß ich nicht. So. Ja, wir nehmen das Magazin einfach mal mit, ne? Sie wird es sicher nicht vermissen. Und wenn, ist es mir auch egal. Ganz ehrlich. So, ab mit der Handtasche in den Schrank. Obwohl, oder auch nicht. Gut. Magazin. Hier gibt es doch sicher. Irgendwas müssen wir doch hier noch machen. Obwohl, ich glaube, doch nicht. Wir gehen mal wieder hoch. Ah, der ist immer noch weg. Ja, und der hat die Klingel auch mitgenommen. Ist ja ein Scheiß. Ganz ehrlich, ey. Nimmt er das einfach mit. Das hatten wir ja schon. Was? Gibt es hier nicht noch was? In der Schale? Nee. Ich gehe mal hoch nochmal zum Sonnendeck. Hallo. Erinnern Sie sich an mich? Klar, Sie sind ein... Nina... Wusste ich doch... Ach, Leute. Ich habe schon wieder ganz vergessen. Ich muss gar nicht mit dem Bauer reden. Ich muss ja hier mal mit Frau Jordan reden, die ja unsere Tasche geklaut hat, aber es trotzdem verschwiegen hat und uns angelogen hat. Ganz einfach. Frau Jordan, ich muss mal ein ernstes Wort mit Ihnen reden. Ich wüsste nicht, worüber. Über meine Handtasche, die ich in Ihrer Kabine hatte. Sie... Sie waren in meiner Kabine? Das ist Einbruch! Ich werde Sie ins Gefängnis bringen! Hm. Wollen wir wirklich zum Kapitän gehen und die Sache dort klären? Okay, Sie haben recht. Lassen Sie mich die Sache erklären. Ich höre. Gleich. Aber auf den Schreck brauche ich erstmal einen Drink. Sonst kippe ich gleich um. Den können Sie kriegen, aber dann will ich endlich wissen, was hier los ist. Was möchten Sie denn? Ein Gin Tonic? Bloody Mary. Ich trinke nur Bloody Mary. Kein Problem. Kommt sofort. Ja, kommt sofort, komm. Er spielt gerade so... Wir holen mal von dem Barkeeper. Bloody Mary. Das Getränk. Sehen Sie, wir beide leben immer noch. Machen Sie nur Ihre Witzchen. Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen. Sie werden sehen. Drink. Einen Cocktail. Ich hätte gern eine Bloody Mary. Meinen Sie, Alkohol so früh am Tag, wird Sie das Elend dieser Welt vergessen lassen? Hallo? Ich dachte, Sie seien Barkeeper. Naja. Sie können den Cocktail gern haben, aber... Na prima. Dann legen Sie mal los. Einen Moment. Hab's gleich. Vielleicht hätte ich mir ja auch einen bestellen sollen. Nüchtern sind einige Leute an Bord ja kaum zu ertragen. Bitte sehr. Aber denken Sie an meine Worte. Naja. Schon okay. Ja, das werde ich tun, sobald die große Flut über uns hereingebrochen ist und uns allen das Wasser bis zum Hals steht. Vielleicht sollte er sich mal ein bisschen mehr auf seine Drinks konzentrieren. Eine Bloody Mary in so einem Glas? Entweder will er mich ärgern oder er hat keine Ahnung von Cocktails. Naja. Ich werde mir dann schon mal ein sicheres Plätzchen für den Fall eines... Wahrscheinlich hat er beides nicht. Er hat von beidem keine Ahnung. So, jetzt bekommst du hier deine Bloody Mary. Ups, da bin ich zu weit gelaufen. So, jetzt hier aber mal hier. Bitteschön. Wie sie alles auf X runterzieht. Eine Gierin, ey. So, dann legen Sie mal los. Geierin, ey. Okay. Was ich Ihnen jetzt erzählen werde, mag sich ein wenig seltsam anhören. Aber ich schwöre, es ist wirklich so gewesen. Fangen Sie doch erstmal an, dann werden wir schon sehen, was halbwegs glaubwürdig ist und was nicht. Gut. Ich kam letzte Nacht an Ihrer Kabine vorbei. Die Tür stand ein Spalt offen und ich, ich war einfach neugierig. Ich schaute durch den Spalt und sah einen maskierten Mann, der in ihren Sachen rumwühlte. Er muss mich wohl irgendwie bemerkt haben, denn plötzlich drehte er sich blitzschnell um und zog mich in die Kabine. Er presste mich gegen die Wand, seine Hand an meinem Hals, ich wagte kaum zu atmen. Ich weiß nicht, wie lange ich so stand, aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Vermutlich wusste auch der Maskierte nicht so genau, was er jetzt eigentlich tun sollte. Dann hörte ich leise Schritte auf dem Gang, die sich der Kabine näherten. Ich überlegte noch kurz, ob ich laut um Hilfe schreien sollte, als ich plötzlich eine Pistole vor meinen Augen sah. Der Mann zischte mir zu. Halt's Maul, sonst mach ich dich kalt. Ich war starr vor Angst und selbst als er mich losließ und ihn in die Tür vor den Kopf knallte, hab ich mich nicht getraut, mich zu bewegen. Einen Augenblick später stand der Mann schon wieder hinter mir und zischte mir ins Ohr. Wenn du irgendjemandem erzählst, dass du mich hier gesehen hast, dann bist du tot. Du gehst jetzt zum Schiffsarzt und erzählst ihm, die Frau sei unglücklich gefallen und mit dem Kopf an die Tür geknallt. Und denk daran, was auch immer du tust, ich werde dich genau beobachten. Was? Was hätte ich tun sollen? Geht's Ihnen nicht gut? Sie sind plötzlich so blass? Ich... Keine Ahnung. Wird bestimmt gleich wieder weg sein. Bloody Mary hilft immer. Ja, ich glaub eher der Alkohol tut gerade was Schlechtes beitragen dazu. Naja. Als ich... Als ich in meine Kabine zurückkam, stand da plötzlich diese Handtasche. Ich hatte panische Angst, weil mir plötzlich klar wurde, dass der Mann jederzeit in meine Kabine kann. Ich schwöre, ich habe die Handtasche nicht mal angefasst. Jedes Mal, wenn ich... Wenn ich sie angeschaut habe, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Was geht denn mit der ab, Alter? Ich weiß nicht. Ich habe schon überzeugendere Geschichten gehört. Andererseits müssen Sie eine ausgezeichnete Schauspielerin sein, falls die Panik in Ihren Augen nicht echt ist. Haben Sie den Mann erkennen können? Ich... Sie sehen aber gar nicht so aus, als würde es Ihnen besser gehen. Soll ich vielleicht den Arzt holen? Ich... Ich... Ich kriege irgendwie nicht so richtig... Luft. Der Typ jedenfalls... Ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Er erinnert mich an. Frau Jordan? Frau Jordan, alles in Ordnung? Ach du Scheiße. Was geht denn mit der ab, Alter? Sie fing auch einmal ganz schrecklich an zu husten. Das wurde immer schlimmer und irgendwann hat sie kaum noch Luft gekriegt. Der Doc wird das bestimmt wieder hinkriegen. Machen Sie sich keine Sorgen. Tue ich aber. Das hier sollte eine entspannte Schiffsreise werden. Aber davon bin ich ungefähr so weit entfernt wie von Hawaii. Ich sollte mich erstmal für ein Stündchen hinlegen. Meine Kopfschmerzen von diesem Zwischenfall mit der Tür werden wieder stärker. Ich sollte mich auf den Weg in der Stürze... Drei Stunden später. Bin gespannt, was mir der mysteriöse Passagier aus Kabine Nummer 5 über die seltsamen Vorkommnisse auf dem Schiff zu berichten hat. Ja, genau. Und das werden wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Geheim Markte 2 Puritas Cordis tun. Bis dann. Haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.